Ja nicht Cheers Love, die Cavalry ist da! Ich will einen anderen Skin! Und die Charter! Naja. Ja gut. Weil wie gesagt, bei Tracer ist halt das Problem... Ja, wenn man dann mal ihren Skin ändern würde. Oder da spielt mir die Möglichkeit, gibt man meinen Skin zu ändern. Oh, wie schnell sich McCreed aber aus dem Staub macht. Na, Tracer ist halt... Na, Tracer ist halt... Schnell weg hier. Ja, ich hab Reaper eliminiert. Ich hab mal was hinbekommen. Ja, ich hab nicht mehr. ouch tracer hält nicht so viel aus egal ich weiß ja nicht mal wohin das ist das schlimme ach da bin ja schon richtig ja ich hab mein kree eliminiert ich hau hier einfach drauf ist mir vollkommen banane was ich hab keinen mitgenommen mit der ulti auch verdammt schade egal 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 oh viereinhalb minuten noch schade war online Hättest du aufordern, Dijonu? Oh, noch drei Minuten. Und ich brauche ganz dringend ein Healpack. Ja, natürlich. Wenn man auch keinen Heiler dabei hat. Ich brauche einen Healpack immer noch. Ich brauche einen Healpack immer noch. Es kommen noch zweieinhalb Minuten. Das müssen wir aushalten. Oh! Kaputt! Ich glaube, die Runde verlieren wir ab. Egal, dann haben wir halt einmal verloren. Ist ja nicht so tragisch. Ich glaube, die Runde ist nicht so tragisch. Oh, das ist ein Euerpack. Oh, das ist ein Euerpack. Oh, das ist ein Euerpack. Feind gesichtet. Gott sei Dank. Ja, Scheißer muss ja nur Schaden machen, aber... Komm schon, da sind 30 Sekunden. Okay, aber immerhin Chris schiebt von 6. Komm schon, die paar Sekunden müssen wir noch aushalten. Jawohl, das haben wir aber kurz vor knapp jetzt gewonnen. Heiliges Kanone. Egal, dann kann ich Tracer jetzt lesen. Auch abhacken. Ja, McCree war klar. Okay, nice. Double Kill. Und Tracer schießt da einfach wie eine Bekloppte einfach rum. Ja, und wir haben die Zustimmung von allen Charakteren. Ja, läuft. Und wir haben eine neue Lootbox, da wir Stufe 23 erreicht haben. Ahuhu, ahaha, oh yeah, noch zwei Charaktere, dann haben wir es geschafft. Erstmal. Oh, Tempel des Anubes. Oh, da können wir gut Widowmaker spielen, vorausgesetzt. Nein, wir haben... Ah, von der habe ich auch eine Funko. Die Französin Widowmaker. Und wir haben natürlich wieder keinen Heiler. Wieso will keiner Supporter spielen? Nein, wir wollen alle nur... Oh Gott, hier redet wieder einer. Ist wieder einer TeamSpeak drin in der Herzhaft. Nein, ich spiele Widowmaker, ob das nun den Herrn passt oder nicht. Egal, ich pflanze mich gleich einfach wieder irgendwo ganz oben hin. Wegen ein hohes Gebäude oder irgendwie sowas. Ja, wie zum Beispiel da oben. Ja, doch, hier kann man sich... Hier kann man es gut aushalten. So, zumindest schon mal meine Giftbombe platzieren. Okay. Okay, Pharah ist weg. Da vorne Oh, da wird auf mich geschossen Oh, sakre blöde Okay, da sollte sie jetzt nicht unbedingt sitzen Die alte Giftgranate Okay, die Gegner hocken alle da hinten Sollen sie machen, ich bleib hier Okay, Leistung ist auf 100% So Ah, wir haben eine Mercy Schön ist, dass meine Kills hier irgendwie gar nicht gezählt werden Noch 30 Sekunden Gewonnen Damit sind wir mit Widowmaker auch fertig Ich hätte gerne ein paar mehr Kills gehabt, aber okay Ja, ist klar, dass Hanzo Egal, jetzt kommen wir mit Brigitte Ja, ich wollte gerade sagen, das war 100% der Special Danach können wir Lootboxen aufmachen Also im nächsten Part Da hier ja sonst irgendwie keiner Brigitte spielt Dürfte da eigentlich kein Problem gleich bei Raupen kommen Okay, nur 940 Egal Bye Great Bye 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 Bye